Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Tokyo Mirage Session 11 E Encore. Ich glaube, ich werde es in Zukunft abkürzen, aber wahrscheinlich dann wohl nicht. Wir haben ein paar Nachrichten. Warte mal, wie ging es da hin? Plus? Ja. Star is born. Ich denke, wir können mit der Unity, wenn wir die Barter performen. Ich bin bereit, wenn ich so komme zu der Bloom Palace. Ich bin bereit. Ich habe noch etwas, super interessant. Ich bin sicher, dass du es findest, wenn du es next kommen zu der Bloom Palace. Ich habe sie noch mit der Unity. Ich habe sie jetzt. Ich bin sicher, die Barter-Song kann es von ihrer Sister. Ich habe zu. Hier ich bin. Ich habe meine Kinder zu hören. my feelings through my song. Let's hurry over to Tiki Palace. Can't believe I were entering into the Yatsufusu Hanataka and Hatanaka in the Idolsphere. Really caught me off guard. You found Mr. Hananana in the Idolsphere. Could you tell me if it happens again? Okay. Okay. So, wir gehen mal mit in the Idolsphere. Idols. In the Idolsphere. So, we can just walk through the door and then just go up here. I'm excited, if they can really perform a song. They're still still there. Well, it's not that you're interested in, that you're a little bit on the street. You're a enemy. Let's decide. Should I level? Eh? 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 Eh, I must actually... Oder? Will ich? Soll ich? Scheiße, mit geht's erstmal weiter. Eh, da war die Treppe. Hier durch. Hä? Ach nee, das... Ach das... die Karte zählt außen rum. Da, das ist dann auf der Karte außen rum. Hier in der Mitte trifft sich's dann erstmal oben. Oh, muss man dann eh noch leveln. Beziehungsweise ein paar Gegnerblatt machen. Es macht auf jeden Fall Spaß, eh. Vom Kampfsystem her und von dem ganzen anderen Zeug. Die Schwarzen sollten nur das auslassen. Und... Und noch einen da. First Strike. Was sind die? Du musst mir gerade erzählen, dass der Gegner rechts... Der gerade Boss war. Jetzt normal hier rumrennen. Ne, das ist ein neuer Ironclad Cavalier. Der SSZ gegen das schwach gewinnen. Der Hauber ist nur da drauf. Okay. Aber er ist für Gifte, das taugt schon. Äh... Empty Wave. Ne, das sparen wir uns auf. Bei dem wissen wir noch nie. Der ist schwach gegen Schwert. Also... Oh, die geht dann einfach auf den Nächsten. Sehr gut. Bis so. Sack. Fire Strike. Da schmelzt man weg. Auch ne. Verdammt. Wie wärs jetzt damit? Ja, wobei, dann ist das Ding schon mal weg. Aber der nächste... Äh, Ytsuki ist der nächste. Ytsuki, ja. Oh. Einfach drauf. Bob, sag mir, dass du deinen Skill kriegst, damit ich mal stärker die Waffe nehmen kann. Oh fuck, Alter. Wir müssen ja nur vier, fünf Gegner machen. Ist doch Krise. Ich kann mal verdammt ne Skill haben. Wer ist denn hier? Hier ist irgendwas. Oh, was soll denn du? Ja, das ist mir. Ja, das ist mir. Hier ist noch ein. Gah. Kid, ihr geht auf meine Nerven. Could ihr just do me a favor und buzz off? Oh, wait. Ich dachte auf etwas. Ja, aber ich denke, ich werde dir allein. Und in turn, ich will, ich gehe und take care of some pixie Losers. Nervil thinks they can just come up und start talking to me. Ha. The Nerf. Right. I need you to track down the noisy ironclared mermaid and his friend the hairy snout-nosed cavalier. Forgot his name, but the last one in the trio is the worst. The worst get a shrimpy potty-mouthed guy. Request that I have been accepted and current be displayed as green icons. Okay. Warte mal, was ist da oben schon wieder? Itsuki is Karnet ready for unity. Warte mal, Itsuki kann schon wieder was machen? Jetzt mal laut. Hey, der steht gar nicht drauf, First Strike. Was soll das jetzt werden? Schwach gegen Schwert. Ja komm, wir haben zwei so special Dinge, Alter, hau rein. Nein, hier. Empty Wave. Ach ne weine, der trifft ja gar nicht alle Länder. Nee. Firmes abgebrochen. Sehr gut. Oh. Ist ja blöd, wenn die einen Schwachpunkt hat, aber nichts bringt bei dir, Alter. Feuer ist normal. Speer ist resistent. Ja, das setzt bei Feuer ein. Das ist wenigstens ein normaler Angriff. Was hast du? Sand. Sand ist ein Schwachpunkt. Sehr gut. Cut. Hehehehe. Du dämlicher Mistkatt. Hm. Du dämlicher Mistkatt. Häh. Ist das denn, oder? Wir haben alle. Wir haben es auf jeden Fall, ja. Ja. Sawfire. Und rank 2 Oh Continuous smile New performer Surefire Passive skill Ja klar, hau rein Wicked land skill If you inherit all the skills available from a carnage Since there are more skills to learn from using it Create new... So you return the blue palace and craft your new weapon Put you at this engine in your current area Ach so Die haben dann auch ja... Ja stimmt, das hat man ja Thomas Carnage ready Winspare und Rob hier Ok, jetzt können wir schon wieder 2 neue Dinger machen Jetzt müssen wir hier erstmal weiter gehen Halt, wir müssen die Dinger halten Die ist gerade ein Büschen am Arsch Äh... Nein So Skills Wir sind von jemandem Ach, die hat zu viel Haben wir nochmal beide unten Also brauchen wir das mittlere Ich will hier mal Was ist wirklich los? Ich will hier mal Nein Wir sind jetzt in der ersten Hunde Halt, 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 halt Ich will hier mal First Strike Warum denn? Ist doch totaler Käse Das ist denn gegen eine Axt, Alter, fuck you, ich habe keine Axt. Erst mal den weg, der nervt immer. Oh wow, der überlebt halt dann auch einmal. Sehr gut, sehr gut. Der ist normal gegen Feuer. Na gut, Feuer. Ist doch der dran? Nein. Ach, das wird sogar angezeigt. Der ist ja cool. Was? Da muss ich mit dem Schwachdruck. Oh wow. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Einmal noch und dann ist es gemastert. Gehen wir zurück. Da sind wir hergekommen. Da geht es gar nicht weiter. Da geht es gar nicht weiter. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ja genau. Ja genau. Ich kann ihn auch eigenständig einstellen. äh, die sind ja eher immer mal den da. Vielleicht kriegen wir ihn gleich. Oh, fuck. Oh. Alter, was ist mit dir los jetzt? Nee, der ist schwach gegen Bester, ne? Naja, müssen wir trotzdem machen. Boah, Entschuldigung. Ja, hauen wir weg. So, wieder ein Skill, Cleave. Dr. Barion. Gleich richtig ab. Yes! Der ist auch wie... So, Poison Skewer, ne? Mit der? Hä, den hab ich doch schon mal, weil ich weiß nicht, seine Schwachstellen machen. Na, warte. Okay, dagegen ist er nicht schwach. Alter Schwede. Hauen wir erstmal mit dem Schwert drauf. Okay, der ist gegen Axt, bloß schwach. Feuer. Feuer ist Schwachpunkt. Oh ne, der hat trotzdem viel aus. Alter. Du hast die automatischen Schwächsten auswählen. Krome, wir gehen noch nicht? Zio. Da ist der... Da frage ich mich gerade, ob der einfach nur gegen... gegen... Makin schwach ist und der Rest ist halt stark. Monster-Rust ist okay. So, und was mit Wind? Wow. 60. Holy... Alter, was hab ich alles bekommen? Was hab ich dir gemacht? Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Was soll ich jetzt? Zubasas Karnage ready for Unity. Alter was? Spear, Gentle Embrance, Wind Spear, Rapier. Radiant Lance. Wollt ihr mich verarschen? Der Topo hat jetzt drei neue Sperre und die Zubasa zwei neue. Was ist mit dir los? Als ein Human I met Eria, als ein andere Human with a really scary looking face went through her earlier. Over there Mister, that Human went that way. Scary. Verdammte Geist, Alter. Der Musiksystem Teleportieren. Warte, 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 warte. Weg, 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 weg. Dreieck. Ähm. Wardrobe. Iron Sword. Für SP. Ja, dann brauchen wir uns zurück und müssen unsere Sachen aufrüsten. Near Exit. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen nervig, dass man mal raus muss. Ich finde ja persönlich, dass das hätte gemacht werden müssen, dass man sich, wie so ein Portal halt in, warte mal, was war es? X war Tokio Map. Dass man sich, äh, oh, sagts mal wie es, wie es meinen. Den mal aufchecken. Äh, aufchecken, ja. Popkits. Oh. Dass man sich da kurzfristig rein porten kann. Bei einem mit einem verdammten Gegenstand oder so. Vielleicht gibt's ja auch was. Das schnell machen kann und dann einfach wieder zurück porten. Wie, 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 wie. Und jetzt los. Also, wie halt ein... Stadtportal in Diablo. Ah. O. 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 Ich weiß nicht, ob es so ist. Was ist das? Hast du noch einen Erinnerungen gemacht? Wie sieht das mit dir aus? Die beiden haben die Erinnerung zurückgekehrt. Es ist leider nicht, aber ich habe keine Erinnerung für mich. Ich bin auch die gleiche. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, was es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, aber es geht nicht so auf jeden Fall, so wie ich mich der Lauf von Klemisch gekommenehm habe. Das ist ein Rätsel? Ja, ich habe mich überrascht, aber es ist ein Rätsel, Das ist eine große Herausforderung. Es ist eine neue Runde. Es ist eine neue Runde. Ja. Wenn die Runde so schön singen, dann wird es auch ein Spaß. Ach so. Es ist ein bisschen schwierig. Du hast mich geantwortet. Danke. Aber es ist okay. Es ist nicht so wichtig. Es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Das ist nicht so, was wir tun. Das Problem der Mirage ist. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Aber, Mitsuki, wir werden jetzt auch mit dir zu tun. Vielen Dank, die beiden. Ich bin auch der Arbeit. Ich bin auch der Arbeit. Ich bitte auch, Chiki. Alter, Chrom. Warte mal, mit Chrom kann ich auch eins. Zubasa Reapy, Gentle Embrance, Carnage Unity. Machen wir erstmal den hier Zeug. Radiant Lance. Die braucht sowieso ein neues. So, und zurück, dann kriegt der Toma seine, Alter, 2 halt, ne? Das hat Schwäche gegen Blitz, Resistenz dafür aber gegen Wind. Das war um 1 stärker, dafür hat es neutral gegen Tod. Blitz hat jetzt bisher kaum einer gegen mich eingesetzt, ne? Achse ist unsere Schwäche. Ah, deswegen die einen, ne? Nightmare Hoof. Mal hab' ich genau einen. Was brauch ich für ein Rap hier? Onyx Blade. Man over Force. Okay, dann können wir das ja eigentlich nie machen, ne? 1 stärke weniger. Dafür ist das Tod kein Schwachpunkt mehr. Und Wind ist Resistenz. Nweise ist das da raus. Es war bei der ich jetzt nenn die akerne Obersebene sinne dievadultie mit dem Tempfig? Ja, bei der ich kauf難st du das? was war das der da ja ja passt schon also der schlug geil aus jetzt haben wir eigentlich alles das gemacht ja ja lass mich doch mal machen bevor sie weiter fliegt sie hat noch mal was gentle im friends wenn sie kass vor allem action ist im auch hier dinge sind cool ist also wenn einer von heilung geht heute getrennt passion ist ein bisschen ich weiß gar nicht das ist das am besten ein bisschen lang gezogen würde ich sagen, ne? Bei anderen Spielen gehst du halt hin und kaufst einfach deine Waffen und rennst dann weiter, aber bei dem ist dann schon Ritual, Sachen sammeln, dann das Ritual, dann kriegst du die Waffen, dann musst du aufmaßt, dann musst du aufpowern, dann musst du weitermachen, dann kriegst du mit dem Kampf wieder neue, dann neue Gegner wieder und dann nochmal was Neues und dann kriegst du wieder was. Alter Schwede, das adert doch ganz schön an. Wer weiß wie viele von den Dinger wir noch kriegen, gell? Das sind die ersten drei Stunden vom Spiel. 40 soll es gehen. Wer weiß wie viele Millionen machen wir noch bekommen. Nix da. Dummes Sack. Aber der hat mich gleich mal dahin kleiden, wo ich bin. Nimm mich in Achtung, ich bin stärker. Bam! Oh, der Sackner. Schau mal, war der gegen Feuer? Der war gegen Feuer, aber wir sollten vielleicht erstmal die anderen wegkriegen. Alter, 166 ey. Holy shit. Okay, das war sehr gut. Arial Dance. Heavy attack on all enemies. Restores party HP every round for. Okay, das ist auch ein schlecht skewer. Aber warte mal, der ist schwach gegen mit der Sack. Okay. Wird Power activated. Warte mal, das kann man normal auch machen. Warte. Ah, ich trau dem nicht. Ne, ne, ne. Da nehmen wir den Skill. Sehr geil. So, und jetzt geht's. Full Throttle. Mit seinem Bike wahrscheinlich. Hör auf mich zur Haut, du Nass. Was war das da? Alter, die Superstar. Ich glaub, ohne Skills bist du doch komplett aufgeschmissen, oder? Oh, gleich mal mit jedem neuen Skill freigfallen. Und alle nochmal der Lauf. Cleave. Ah, sehr gut. Das Cleave wird stärker. Finde ich sehr gut. Hm. Ja, klar. Nein, ich bin echt entsetzt, wenn mein Cleave stärker wird. Wie hier, plus eins. Fire Strike wird auch stärker. Ist das denn vorher schon stärker? Verdammt. Das hat uns gerade genützt. In dem Fall. Ja, gehen wir weiter. Wir können hier eh nix machen. Zerstören können wir das bloß von der anderen Seite. Jetzt müssen wir wieder runter. Lässt das so Dreck einfallen, ey. Achso. Ne, das ist jetzt das... Wow. Blödes Viech, ey. Das war in Ruhe. Alle machen jetzt mal nicht platt. Oh. Oh. Jetzt könnte ich außen rum gehen, ne? Was ist das denn? Ja. Das ist ein敵er. Der敵er. Der敵er. Der敵er.